so hallo leute wir sind wieder zurück hier bei youtubers live mit mir dem pfreak und ja wir setzen unser spiel fort wir sind letztes mal stehen geblieben an einem punkt wo wir ziemlich verzweifelt sind wie ihr seht nur 66 dollar aber unser mädchen mag uns und hat unseren heiratsantrag angenommen wir nehmen ein neues gaming video auf weil wir brauchen kohle weiter vierte teil los ja wir haben unser mitarbeiter gekündigt weil keine kohle in die kasse kam wir miese gemacht haben und ich hoffe einfach wir schaffen bis zum ende des monats schaffen was und unser computer ist schon wieder kaputt meine güte wie kann er einfach immer nur kaputt sein eine harte aufgabe fröhliche äußerung jawohl wir haben es getroffen spiel intro sarkasmus war es nicht so dass das deutet ja im endeffekt auf den hin so jawohl der passt super hochzeit umzieht formelle kleidung also bei formelle formelle die dabei machen wir da noch mal formell ja dann gehen wir halt zum event jetzt bin ich gespannt also irgendwie ist das ja ist youtube was weiß irgendwie so sims für gamer war es das jetzt so 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 okay so reparieren ach scheiße jetzt kommt der typ auch auch noch ja komm ja geb mir die karte Geh weg. Okay, 320 Tacken müssen wir zahlen. Futtern wir schnell was und gehen schnell essen. Spaghetti. Ja. Unsere Frau zockt. Sieht so aus. Wir gehen erstmal pennen. Lass die Frau zocken. Oh. Komm. Ja, Bett machen. Alles gut. Mach dein Video hier weiter. Schub sie weg. Gerade alles egal. Wir müssen zocken. Oh. Wir dürfen neu anfangen. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ich glaube, ich habe es nämlich gerade mega verkackt gehabt. Oh. Den haben wir auch schon. Der ist auch schon bekannt. Probieren wir es damit. Ah, scheiße. Ich denke mal, viel zu viele Punkte verbraten. Ja, super. Oh, wir haben keine Punkte mehr. Ist doch öde. Ja, vier. Komm, gib mir noch was mit drei und dann ist gut. Ja. Oh. Ja, Autum mit abschlippen. Ja, weiter, komm. Oh, den, den. Den da hin. Äh. Den. Den. so 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 alles grün irgendwie ja irgendwie irgendwie ist alles grün 38 interesse hauptsache wir sind verheiratet ich mir das so überlege ne geld macht nicht glücklich ja komm ladt hoch wo ich sonst rolle jetzt ist die oben hallo weg okay dann ist sie weg das ist komisch zurück vom stoppen wir haben keine kohle aber sie gibt unser geld aus geben wir ihren leidenschaftlichen kuss danach essen wir was nein ich will mich nicht mit dir unterhalten so hot dog mhm 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 und wir drehen neues video komm davon hauen wir das achte raus ja fortsetzen komm junge frau weichen sie ihrem ihr mann mal so der super so was mit sound sound haben wir nur ein schade hat nicht ganz gepasst kurzer kommentar ja super wo ist denn das hallo hauptsache sie läuft hinter uns erstmal schön rum ja komm ja den hauen wir raus und den interaktiv haben wir zwar nichts aber naja irgendwie ist das so eine so eine einprägende musik finde ich das ist ja überhaupt kein interesse für da was haben wir denn an rechnung 320 ok küssen wir so was die haut einfach wieder ab wo geht denn die immer hin frauen ganz ehrlich frauen wenigstens geht der upload schnell neues gaming video hm komm hauen wir ein ulti raus so sieht das also aus wenn es heißt hauptsache geld wir verlieren abonnenten toll komm sinnloser kommentar kann ich auch nicht ändern so ja klopp kurzer kommentar ja das war wohl in ordnung da kommen vier wir brauchen die punkte wir haben insgesamt neun aktionen zur verfügung ja also das bild kommt mir bekannt vor irgendwie ach der ist schon wieder kaputt was soll das wenn mein computer nach ich weiß nicht zwei spielen oder so aufgeben würde ich würde mir das überlegen mit dem spielen also das spiel ist also da sollten sie definitiv mal nachpatchen also naja realistisch nenne ich anders ne so nein ganz ehrlich was ein scheiß ja klimper da ein bisschen dran rum und drehen bisschen hier und drehen bisschen da wir kaufen ein sandwich und danach kaufen wir mal ein bisschen essen ein ja wir kaufen salat machen wir mit dem video weiter aber wenigstens der fortschritt geht uns nicht flöten dann äh oh da 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 dann den so und so ja ist ausgeglichen machen wir das noch rein komm passt schon ja wenigstens das 44% interesse boah ich brauche Kohle ich brauche unbedingt Kohle ja hochladen ähm was ist das ne ich brauche das je mehr Aufnahmen zu einem Spiel umso besser und dann schlafen äh äh Kaffee hm schon wieder vom shoppen zurück ich verschoppt die nur meine Kohle also manchmal frage ich mich ehrlich äh hallo ja komm du kriegst äh komm du kriegst ein kleines Geschenk und danach lässt du mich in Ruhe weil äh äh wir spielen hier wieder den Klassiker ja tadaaa ja freu dich warte du setzt dich da dran du gehst da weg ganz ehrlich Leute setzt sie sich an die an meinem PC kein Wunder dass der ständig kaputt ist also ich will ja nicht sagen dass Frauen äh nicht mit Computern umgehen also ich kenn genug die damit umgehen können aber ach jawoll äh aber die hat es irgendwie nicht drauf äh den äh super kann ich die Szene in eine Tonne kloppen komm 10er ja toll 11er dann war es das schon wieder kann ich mir nicht leisten also verarbeiten ja ne die kann ich mir klemmen so 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 ja vollständiges Bild halt ne ja mach 41% haben Interesse da dran ja Leute wir haben schon den 22. und das sieht mit der Kohle ziemlich knapp aus äh äh was möchtest ach hab ich doch nicht ich hab doch alles verkauft oh 39% ah komm leidenschaftlicher Kuss ach mhm 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 leidenschaftlicher Kuss heißt du gehst ja gut sie geht wir gehen schlafen und machen auch an dieser Stelle Stopp ich hoffe euch hat es gefallen ich hoffe wir kriegen die Kohle hin sieht ziemlich knapp aus und äh schaltet nächstes Mal wieder ein wenn es heißt der P-Freak aus den Schulden hoffentlich den Straßenverkäufer machen wir beim nächsten Mal wir machen Pause und Schluss bis dann tschüss . Bis zum nächsten Mal.